So liebe Freizeitparkfreaks, das etwas andere Video der Freizeitgestaltung zur Corona-Zeit. Ja, wie gesagt, es sollten ja jetzt zum 1.4. oder beziehungsweise auch weit davor schon die Parks öffnen, aber dank Corona ist es ja momentan nicht möglich, deswegen kommt das zu Verzögerung. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, mache ich halt andere Videos der Freizeitgestaltung und dazu gehört natürlich auch im Endeffekt die Natur genießen. Und das mache ich gerade auf meinem Fahrrad und möchte euch da auch ein bisschen mitnehmen, um die Natur auch mal wieder für sich zu entdecken. Und wir haben ja zwei neue Mitglieder, das heißt die Annika und den Marcel. Und dank Annika, die hat noch altes Filmmaterial, die schneidet jetzt schon täglich, werden wir dann bald ein paar Special-Videos bekommen. In der Hinsicht ist natürlich die Sympathie nicht gerade im Vordergrund, sondern einfach auch, dass ihr in der Corona-Zeit auch beschäftigt werdet. Bitte habt da ein bisschen Nachsicht. Und sobald die Corona-Welle vorbei ist und die Zeiten sich ein bisschen wieder normalisiert haben und die Packs auch wieder aufhaben, gibt es halt wie gewohnt die Videos mit Sympathie und Harmonie. Und jetzt nehme ich euch ein bisschen mit beim Fahrradfahren. Genießt die Natur, unternimmt viel mit der Familie, haltet den Mindestabstand ein und wie gesagt, stay at home, so gut wie es geht. Und zwischendurch bewegt euch auch viel, um euer Immunsystem auch zu stärken. Kleiner Insider-Typ von mir, Kukuma hilft. Und auch Ingwer und Rosmarin. Es muss nicht unbedingt immer Chemie sein, Medikamente. Und das hat mich auch in den letzten drei Wochen gut begleitet, wo ich eine kleine Dungenentzündung hatte. Es war kein Qubit-19, keine Sorge machen. Ich bleibe euch erhalten und passt auf euch auf, bleibt gesund. Und jetzt ein bisschen Naturaufnahmen. Check it out, eure Freaks. Und wer noch Langeweile hat und ich weiß im Endeffekt, was er zu tun hat, kann sich ja gerne bei mir auf der Webseite zu den Freaks anschließen, zu meinen anderen lieben Freaks. Und in der Hinsicht sage ich nochmal Danke, dass es euch gibt. Und teilt und shared unseren Kanal doch einfach mal auf YouTube, Facebook, Instagram. und bleibt uns bitte in der harten Zeit auch bitte treu. Und deabonniert uns bitte nicht. Dankeschön. Wir versuchen euch, so gut wie es geht, zu unterhalten mit Sympathie und Harmonie. Ich denke mir, das klappt ganz gut. Auch in der Corona-Krise kriegen wir das hin. Wir sind zusammen stark in einer Einheit gegenüber diesem Virus. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich habe euch lieb. Check it out. Jetzt ein paar Naturaufnahmen und genießt diese in Full HD. Ich habe euch, so gut wie es geht. Und hier noch ein paar Insider-Tipps an euch. Wenn ihr natürlich richtig Langeweile habt, ladet euch mal die App runter Geocaching. Die Basic-Version ist kostenlos. Da könnt ihr am Tag, glaube ich, bis zu fünf Caches machen. Und damit kriegt ihr die Zeit auch gut überbrückt. Und ansonsten, teilt und shared unseren Kanal. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Und hier noch ein paar Impressionen vom Niederrhein. Und hier noch ein paar Mal. So, ihr Lieben. Schöne Grüße an meine Freaks. Und natürlich an euch. Bleibt gesund. Stay at home.